Willkommen bei Bauma auf der SPS 2019. Die smarte Produktion ist flexibler und gleichzeitig produktiver. Aber nicht um jeden Preis, denn letztendlich entscheiden auch die Gesamtbetriebskosten über die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion. Warum Smart Production beim Sensor beginnt, zeigt Bauma hier auf dem Messestand. Bei der Konzipierung einer digitalisierten Fabrik sind nicht nur die Anschaffungskosten, sondern alle Aspekte der Integration und der späteren Nutzung der betreffenden Komponente zu berücksichtigen. Die Integration von Sensoren, die digital bis in die Feldebene kommunizieren, darf kein Kraftakt sein, sondern muss echte Mehrwerte bieten. Deshalb setzen wir alles daran, dass unsere Komponenten einfach und flexibel in bestehende Automatisierung aber auch in IT-Systeme eingebunden werden können. Dazu bieten unsere Sensoren, Drehgeber und Kameras eine enorme Schnittstellenvielfalt von IO-Link bis OPC UA. Neben primären Messdaten eröffnen Ihnen digitale Zusatzdaten und smarte Funktionen die Möglichkeit, Automatisierungsvorgänge weiter zu verbessern. Auch die Umsetzung von Vision Guided Robotics mit Verisense Vision Sensoren für Cobots von Universal Robots geht so einfach wie noch nie. Die automatische Kalibrierung und die Integration direkt in die Robotersteuerung mit nur zwei zusätzlichen Steuerungsbefehlen sind einzigartig. So ermöglicht Baumer die universelle Umsetzung effizienter Prüf- und Steuerungsaufgaben ohne externe Software oder spezielles Bildverarbeitungs-Know-how. Um die Herausforderungen der Digitalisierung zu beherrschen, braucht es Lösungen, die einfach und praktisch umsetzbar sind. Was unsere Sensoren zu praktischen Lösungen macht, sind die integrierten smarten Funktionen, extrem einfache Bedienung und die leichte Anbindung an unterschiedlichste Automatisierungssysteme. Das sehen Sie hier an unseren neuen Multitool Profilsensoren. Kompliziert war gestern. Mit den neuen Kraftsensoren wird Kraftmessung sehr einfach in Maschinen integriert. So gibt es die nötige Auswahl an Bauformen und Kraftbereichen. Das Design in wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. So können Überbelastungen von Bauteilen, Haltekräften in Bearbeitungsstationen oder Einpress- und Fügekräfte beim Montageprozess präzise überwacht werden. Effektive Prozesse sparen Ressourcen, erfordern jedoch gesteigerte Transparenz. Der Schlüssel dazu ist performante Sensorik. Der neue Füllstandschalter Clever Level Adaptive Ticker macht es erstmals möglich, verschiedenste Medien ohne Teach-Vorgang zu erkennen. Das reduziert Rüstzeiten beim Medienwechsel. Baumer Prozesssensoren bestimmen verlässlich und präzise die wichtigsten Prozessgrößen, Druck, Temperatur, Füllstand, Leitfähigkeit und Durchfluss. Performante Sensorik steigert die Anlageneffektivität. Beim Ausfall von Produktionssystemen entstehen enorme Kosten. Zudem werden autonome Anlagen nur aus der Ferne überwacht. Darum ist höchste Verfügbarkeit und Lebensdauer ein Muss. Egal ob heiß, kalt, staubig, feucht oder die In-Ex-Umgebung. Ein wartungsfreier Dauerbetrieb auch unter schwierigen Bedingungen ist mit Heavy-Duty-Drehgebern oder Pro-Tec-Plus ausgeprüften Sensoren nachweislich möglich.